Thorsten Schick, gratuliere zum 4-0-Sieg gegen Geze. Wie bescheint der Weg zum Toreschießen wiedergefunden zu? Ja, danke erstmal für den Glückwünsch. Für uns war es sehr wichtig, dass wir heute das Spiel gewinnen, dass wir die drei Punkte hier in Bern lassen. Und ja, zum Glück haben wir unsere Torchancen heute verwertet. Wichtig wird sein, dass wir jetzt gut regenerieren und dass wir am Mittwoch auch die eine oder andere Torchancen nutzen. Wie schwierig ist das jetzt, wenn man innerhalb von vier Tagen zweimal gegen den gleichen Gegner spielt, das erste Spiel so hoch gewinnt, dass man den Fokus jetzt nicht verliert und sie nicht aufhört. Ich glaube, wir sind alle Profis genug. Wir wollen unbedingt so weit kommen im Cup, wie es noch möglich ist. Und GC steht uns im Weg, also heißt es am Mittwoch GC ausschalten und dafür werden wir alles tun. Persönlich zeigt die Formkurve brutal nach oben, schon nach einem starken Spiel gegen Nicosia. Heute wieder mit einem Assisten und einer guten Leistung. Wie gut tut das? Ja, sehr. Ich war mit den letzten Wochen selber nicht so zufrieden. Ich habe mich natürlich mehr erwartet. Die Mannschaft hat mich trotzdem immer motiviert. Der Trainer hat immer gesagt, da konzentrier dich, mach einfach dein Ding weiter. Und auch zum Glück ist mir jetzt die letzten zwei Spiele ganz gut gelungen. Aber das ist die Vergangenheit. Ab morgen heißt es, auf das nächste Spiel zu fokussieren, zu konzentrieren. Und da hoffe ich, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann. Ja, Thorsten, vielen Dank und viel Erfolg am Mittwoch. Danke. Steve von Bergen, gratuliere zum klaren Sieg gegen GC mit deiner umgestellten Abwehr. Jetzt auch Kevin Mbappu von Anfang an. Wie war es für dich als Abwehrchef? Ja, das war, ich denke, ganz gut, wenn du zu Null spielst. Ich denke heute, wir haben wirklich nicht nur dem Abwehr, sondern die ganze Mannschaft ein volles Spiel gemacht, offensiv wie defensiv. Wir haben viel weniger technische Verlämungen in unserem Spiel gehabt. Wir haben immer probiert, nach vorne zu gehen, hochzustehen, diese Mannschaft sofort zu stören und haben wir auch sehr, sehr gut gemacht. Mit Nuhu und Mbappu hat es jetzt schon einige Wechsel gegeben in der Defensive und die finden immer besser in die Spur. Hast du da einen grossen Einfluss darauf mit der Organisation? Es ist nicht, dass wir haben, wir sind besser oder weniger gut. Ganz wichtig ist, wir wechseln personell und wir sind immer noch da. Wir spielen sehr oft zu Null, egal wer spielt. Und das ist eine sehr, sehr gute Zeichnung, dass jeder Spieler will zeigen, will unbedingt in dieser Mannschaft spielen und das macht uns als Mannschaft stärker. Als Verteidiger, wie wichtig war es auch, dass vorne mal wieder vier Tore gefallen sind, dass man nach vielen Null zu Null und Spielen ohne Tore, jetzt auch heute ohne Kiwaro, hat man vier Tore erzielt. Ja, also das ist so, das war unverlient für die ganze Mannschaft, oder? Das war ganz wichtig. Ich denke auch für unsere Offensive. Ich sage, zum Beispiel war mir frei. In der Halbzeit fast der Versawarden hat dieses Tor nicht gemacht, aber mit Geduld, mit Arbeit, mit gutem Mental hat er wieder eine Chance bekommen und wieder ein Tor gemacht. Und wer gibt das, wer macht am Ende, ist uns egal. Wirklich ist unsere Mannschaftsarbeit und diese Arbeit war perfekt gemacht. Jetzt geht es am Mittag noch weiter. Noch mal gegen Geze im Köp. Wie motivierst du deine Jungs jetzt, noch mal so eine Leistung abzurufen? Nur mit diesem Wort, mit Köp. Ich denke, das ist so. Köp, wir wissen, beginnen wieder zu Null, 90, 120 Minuten. Diese Biss, diese Geschichte mit Ibe muss kein Druck sein, aber das Spiel von heute muss uns wirklich diese Lust, diese Aggressivität mehr zu geben. Und wir werden die nächste Tag darüber arbeiten. Das ist eine mentale Sache. Und wenn wir so auftreten wie heute, mit der gleichen Mentalität, mit dieser Aggressivität, wenn jeder voll konzentriert ist, werden wir auch diese Runde machen. Gratuliere zu den drei Punkten und viel Glück am Ende. Das ist es gut. Danke, mein Mann. Ciao. 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 Ciao.